Boston Breakers war ein Frauenfußball-Franchise aus Boston, Massachusetts. Es wurde 2008 wieder gegründet und spielte von 2009 bis 2011 in der Women's Professional Soccer, der in diesem Zeitraum höchsten Liga im Frauenfußball in den USA. Geschichte Die Boston Breakers traten die Nachfolge des ehemaligen WUSA-Teams Boston Breakers an. Das von der Gründungssaison 2001 bis zur Einstellung der WUSA aus finanziellen Gründen im September 2003 in dieser ersten Profi-Frauenliga spielte. In ihrer Debüt-Saison 2009 belegte das Team nur den 5. Platz und verpasste somit die Qualifikation für die Playoffs. Die Saison 2010 lief für die Breakers deutlich besser. Sie wurden in der Regular-Saison Zweiter. In den Playoffs schienen sie allerdings im Super-Semifinal aus. Sie verloren 1 zu 2 gegen Philadelphia Independence. Auch 2011 qualifizierten sich die Breakers für die Playoffs. In der Regular-Saison wurden sie Vierter. In den Playoffs war aber gleich in der 1. Runde Endstation. Die Breakers verloren mit 1 zu 3 gegen Magic Jack. Die Liga wurde jedoch 2012 aufgelöst. Gründe waren der Mangel an Teams sowie eine Klage eines ehemaligen Teambesitzers. 2013 startete eine Nachfolge-Liga, die National Women's Soccer League. Dort nimmt ein Team teil, das auch den Namen Boston Breakers trägt. Stadion Harvard Stadium, Boston, Massachusetts Die Boston Breakers trugen ihre Heimspiele im Harvard Stadium aus. Es hat eine Kapazität von 30.323 Zuschauern. Statistiken